Liebe Leute, weitere vier Wochen sind vorbei. Mit einer klitzenden kleinen Verspätung gehen wir die Trainingsplanung für die nächsten vier Wochen durch. Wir haben die letzten drei Monate ungefähr einen Fokus gehabt in unserem Training. Jetzt wechseln wir komplett. Das heißt, ab diesem Monat werden wir weniger Wiederholungen machen, etwas mehr Sätze. Das heißt, für euch, ihr benutzt mehr Gewicht. Wir machen euch stärker und packen auch ein bisschen Muskulatur in eurem Arm an. Grundsätzlich benutzen wir einfach mal die Tatsache, dass der Winter kommt, dass der Körper sowieso dazu neigt, mehr Kalorien zu brauchen. Wir wollen mehr essen, also wir wollen das Beste daraus machen und euch nicht einfach mal mit dem Winterspeck dann rein zu lassen, sondern einfach mal wir benutzen das, um wirklich dann etwas mehr, vielleicht Muskulatur und nicht so viel besser anzusetzen. Die Finisher diesen Monat werden auch ein bisschen anders sein. Ihr seid jetzt gewöhnt, gegen die Uhr zu arbeiten. Das ist zwar nett, diesmal machen wir es ein bisschen anders. Diesmal werdet ihr einfach mal eine bestimmte Zeit haben und da müsst ihr so viele Runden von dem Workout machen wie möglich. Im Prinzip gibt euch das einfach mal die Möglichkeit, die Gewichte ein bisschen zu variieren. Also ich kann auf jeden Fall dann vielleicht etwas mehr Gewicht nehmen, dafür eine Runde auslassen oder genau andersrum. Die Pausen könnt ihr euch selbst einteilen. Wir werden definitiv da sein, um euch mal dazu zu bringen, vielleicht keine Pause zu machen oder halt weniger Pause zu machen als das, was ihr denkt oder wollt. Lasst euch überraschen. Das ist anders vom Gefühl her so zu arbeiten. Ihr werdet euch auch erst mal herantasten müssen, wie viel Gas gebe ich, wo sind meine Grenzen. Aber wir werden alle schlauer sein nach ein paar Wochen. Das war es erst mal von mir. Ihr entwickelt euch super. Einige von euch haben bei dem Level Up Tag gut Levels erreicht. Also wir haben definitiv Menschen, die in der kompletten Bandbreite sind. Also von ganz neu noch nie im Fitnessstudio gewesen, bis wir trainieren schon seit Jahren und können entsprechend mit dem Training kann das umgehen. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Selbst die Neuen von euch bewegen sich super. Ihr werdet stärker. Also es ist großartig, das zu sehen. Weiterhin so. Wenn ihr Fragen habt, gerne mal fragen. Einfach mal drunter kommentieren. Von mir aus persönlich beim Training. Ihr wisst, wir sind immer für euch da. Vielen Dank und bis bald.